Was geht Leute? Herzlich Willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal. Bitte nehmt das Video jetzt nicht so allernstes. Allernstes, egal. Ich habe dieses Video nur aus Spaß gemacht und genau wie jedes andere Video auf diesem Kanal eigentlich. Aber ja, ich habe in diesem Video zwei Leute zum Ausrasten gebracht. Ja und ich, wie soll ich sagen, wirklich nehmt das nicht ernst. Das war jetzt auch nicht so wirklich mein richtiges Können. Ich kann irgendwie während der Aufnahmen nicht zocken irgendwie. Das spielt zumindest nicht so wirklich gut. Ne egal, auf jeden Fall, ähm, äh, die beiden wissen, dass das nur Spaß war. Aber sie wissen nicht, dass ich das aufgenommen habe. Und, ähm, ja, ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Und, ähm, ich hoffe ihr guckt euch das bis zum Ende an. Ähm, bis dann. Ciao. Was wärst du denn, Nades? Wörst du? Kapest! Ey, Junge, okay. Ey, go, go. Ey, wey, ich bin zockt hier, dann kriegst du auch da rein. Nein, da gib mir den Stress. Da gib mir den Stress. Was sagt hier alles, gell? Ja, aber, äh, Kevin und Marvin sind ein bisschen, äh, ich weiß nicht, gestört. Ey, Coco, hör auf zur Hartzgott, Mann, es gibt keinen Spaß mehr. Versuch mich jetzt entgegen, ihn zu sehen, er hat ein Füße. Ohne Scheiß, leck auf die Oma von hinten, ey. Von Nachbarhaus und meckert, äh, äh, was ist das für die Gute? Ey Coco, dummer Lachsnack, Mann. Hol dir mal eine andere Position auf zur Hartzgott. Ey, was ist das Passwort? 1 3 3 3 3 3. Was? 1, 2, 1, 2. Junge, wir das alle gleich... Das Passwort ist deine Mama. Das Passwort ist deine Mama. Weiß ich, Mann. Ich weiß, hab schon. Boah, Timi, du kommst zu unserem Team. Wenn du nicht kommst, dann pick ich dir in den Arsch. Ey, du Scheiße! Warte! Junge, mach das Snapper und ich... Du dummes Schnau, Timi! Wenn Timi reingeht, dann Banschen vom TS. Du dummes Stück, Alter. Weil Timi ein Hacker ist. Ich bin kein Hacker. Doch, Timi. Was? Timi, du bekommst das Schuss. Ich bin keinem, sagst du deinen Spruch. Marvin, Timi ist bei uns. Bei wem bin ich? Timi, sag erst mal deinen Spruch. Moin, Moin und Tim, wieder da, Timi. Boah, du Gämmel! Oh, das ist so geil hier. Wer draufste geil ist. Oh, mein Gott, was für ein Lachen. Jede Scheiße, ey. Der ist Ärger, Mann. Der meint ja nicht, Alter. Ich bin kein Lachen. Mit dem Glück muss man schon haben. Oh, Timi, du bist so hässlich. Raus, du Hacker. Mann! Farsi, du F***er! Ey, zu mir, hab dir gestern schon gesagt. Guck mal, Hacker, geh jetzt raus. Boah, Guku, ey, das geht nicht. Ey, Marvin. Hier Marvin, jetzt Hardscope. Ihr Hardscope alle permanent, ey. Du willst mich, du kleiner, verfickter Bastardscope. Du kannst mir voll die Eier knuschen und... Oh, du Scheiß, ey, guck mal, meine Stimme ist fast weg. Was ist das? Du kannst dir nicht so Pommes glitzen. Tut mir leid, ich wollte Timmy killen, aber dann kamst du da. Und ich muss sagen, ey, Timmy, das ist nicht cool, was du... Farsi, sorry, war nicht gewollt. Ja, 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 ja. Überhaupt nicht, ne? Er hat ein Leben, er hat alles gerade ein Leben. Wo ist Marvin? Marvin ist an einer guten Position. Ah! Fick dich, du AC! Ja, gehen wir mal! Was denn? Das war doch nicht so eine Position. Ey, ihr seid doch... Ihr seid doch alle so kleine, verfickte Motherfucker. Ja, wie alt bist du denn, du kleine Fotze? Ey, ohne Scheiß, ihr seid alle ein Jahre alt, kein Sperma. Ein Jahre alt? Ey, Tim! Ohne Witz gehraufst du dumme Hacker. Ohne Witz gehraufst du dumme Hacker. Du hast mich gepisst nicht, Mann! Du wolltest mich pisst eh nur, pisst eh nur! Jetzt raufst du dumme Hacker. Sag grad kein Willer. Nein, Mann! Ich hacke gerne! Jetzt gehst du schon nochmal. Ja, auf! Das ist wie Wicks, man muss dauerhaft das mal. Dezepte! Ey, aber Wicks nur ne Schwanz funktioniert auch ne Schwanz. Neuerhaft, was ist denn jetzt los? Was? Was? Ja, warum nated ihr die ganze Zeit? Da wurde auch genated gerade. Ich bin stecken geblieben heute. German, ich komme morgen zu dir, pick deine Mama endlich in den Arsch. Und dann holt sich der den Sperma, was in den Arsch ist, du richtig raus und stoppst den Maul und kannst du erst mal die Kojone hey Jungs ist psychisch gefährlich was habe ich denn gemacht wer wollte da mich gerade abgehoben hey kühl mich und sag dann lass es ne da ist racy der mother fucker scheiß taliban okay der war geil denn ich bin euch falsch er hat ein bisschen gelitten und abend hat auch ein bisschen gelitten Mann Mutti du willst dich doch grad echt natzen German oder du willst mich doch grad echt natzen ach man sie hab ich nicht zu spät gesehen ja ja aber übrigens hier nur Granatenlust du weißt es ja hier wolle Gameboard DSP was weiß ich was alles du hast den Wallet gekauft du hast den Wallet gekauft bist du Kevin was kämpst du immer nur oh Kevin alter du bist nur am kämpfen willst du dich eigentlich verarschen wollt ihr mich eigentlich jetzt alle verarschen warum nein mann oh Kevin du bist ja schon wieder tot ey wie schlecht bist du Kevin Junge 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 Du hast auch 01 und das ist sogar ne schlechtere Ping als ich ja ich stress mich nicht Alter jetzt wird mal auf ihn zu ärgern da wär's wow da hat sich ein Leck ey komm raus ey komm ihr wollt mich doch hier teilen ja du bist ein alter ach du echt oh ich hab euch alle auseinandergenommen mit einem LP alter ihr Noobs halt die Schnauze ja genau Schweizer genau Schweizer camp doch euch ja komm ja Camper fuck ah komm Pasi heftig haha Joe so fette Moransohn du bist auch einer Masern bleibt uns einfach mal stehen willst du mich verarschen ne ich will dich eigentlich nicht verarschen warum boah da hab ich Zeit für ey das ist doch so böse wie schlecht bist du eigentlich ja passt mir doch denn mit 1 2 oh ey oh Junge Kevin du bist so schlecht ne Junge oh Junge Kevin Alter wie so bist du so schlecht guck mal selbst Timmy ach so Kevin bekämpfst ich ne oh Junge da ist niemand auf der Seite oh Junge oh Junge oh Junge du bist echt ne Schelle du also Junge warum musst du mir auch das Recht oh Junge DJ sag DJ sag mal Pascal der soll mal die Dresse halten der sagt Pascal oh Junge oh Junge Geh mal weg von der Mitte, Alter Ah, Killsteal, Alter Timmy, ey Ey, DJ, jetzt sag mal was Was soll ich sagen? Das hat deine Fresse halten sollen Boah, Kevin, geh aus dem Camphouse raus Halt die Schlauze, Mann, ey Junge, ich komm morgen früh zu dir nach Hause Oh, Kevin, jetzt bist du in der Mitte, Alter Was machst du da? Jetzt bist du schon wieder tot Ja, okay, jetzt höre ich auf Ich höre auf Boah, ich bin schon wieder tot Oh, Marvel, mit deiner Prism, Alter Die ist voll streißig Nee, das ist nicht mal doch tiefen können Ey, du willst nicht so verarzt, Marvel, das Wie viel Schluck, wie viel Mein Gott, das ist ja auch noch negativ Scheiße, Alter Jetzt ist der noch negativ Ja, in Passion, du bist auch negativ Timmy, ey Du Eiskalt Du Eiskalt Mein Gott, ey Du Fan und du bekommst Sex Ey, Marvel Boah, alter Kevin, ey Halt doch die Schnauze, Pascal, ey Oh, genau jetzt hatte ich nen Disco Oh, genau jetzt hatte ich nen Disco Jo, ohne Scheiß, Pascal Sag der immer 2-6 Das hab ich nen Schweizer nachgemacht Aber selbst 7-10, ne? So, ey Ach, Maul Bist negativ, Alter Halt die Schnauze mal Negativ Halt die Schnauze Oh, du Fan Ey, du wollte mich doch jetzt alle nacken, ja, ohne Scheiß Hör auf zu campen, Junge Boah, Junge Boah, Racy, Alter Halt die Schnauze, Alter Hau 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 Alter Boah, Racy, hör von Geh von der Brücke runter Kevin, hör auf zu campen Oh, was Ey Jetzt bist du noch da bei diesen Ah, ey, was Junge, Kevin, du rages dich halt Camps permanent da oben Alter, jetzt ist Kevin auch noch da bei diesen Balkon-ähnlichen Dingen da Ja, ne, und Hedlitch da, du Kicker Ja, der Hedlitch camped Bitteschön Boah, Junge, warum stehst du so auf die Ecken? Hey Hey Komm an her Du Furze, sie hat meinen Kill geklaut Immer wieder gern Du Männer Du Männer Du Männer Oh, Marvin Oh, Mann, Sascha, musstest du mich killen Ja, musstest du mich killen Das, Entschuldigung, nächstes Mal Du auch nicht Alter, Kevin, du bist ja immer noch negativ Junge Ich bin drauf zu hacken, Mann Junge, das ist doch schlimm mit dir Alter, ey Oh, ne Scheiß, ey Alter, sind doch die Fresse Ey, Kevin, hör mal auf zu campen, Alter, was soll der Scheiß Boah, ey Komm, hier war zu campen No, Kevin, Mann Ey, was du laberst Ich guck mir deine Killcam an Du campst da ganz seit oben Ey, wie Pascal die ganze Zeit um mich herum gespielt hat und alles, Mann Oh, Kevin, Alter, jetzt, jetzt hast du noch Wahnvorstellungen, Alter Oh, so, Mann, ey Oh, das geht ja mal gar nicht Ey, zum nächsten Mal Ey, zum nächsten Mal Ey, zum nächsten Mal Loll Guck dir den mal an Oh, what? Pass auf, Jack, oben rechts sind's deine Runde Oben rechts, okay, lang Alter, wieso? Oh Oh, Leute, wie ist das passiert? Oh 1, 2, 2, 4 Oh, Mann, ey Oh, schau Da, ey Alter, mein Mann Da muss ich besser Oh, Kevin, Alter, negativ Was ist mit dir los, Alter? Du bist einfach scheiße Ach, wo ist die Kamera? Du warst so hingeschossen, ey Okay, ich kann nicht dafür Ich hab eine kabellose Maus und die ist gerade aufgegangen, wie die so oft im Game Weil ich zack grad irgendwie aus meinem Auto Ah, cool, Leo Irgendwie Oh Oh Scheiße, Alter Camp Moor Ich hab gerade wieder aufgezogen Von Kevin geht wieder Kevin Fuck Oh, mein Bildschirm ist schwarz, okay Oh, Kevin, Alter, jetzt geh da runter, ey Oh, Kevin, ey Kriegst du nochmals den Kill von Marvin? Oh, mein Gott, ey Jetzt bist du noch negativ Oh, Gott Brian, du Hupu, dein Sohn Haha Pascal, halt doch einfach die Fresse, Mann But, Emil Alter, wer für die Oh, ist sie? Hiiii Rache ist falsch wert Meine Arschhau Haha, Alter, Klappe Oh, Emil, du lässt mich nicht mal zu meine Waffen wechseln Oh, Kevin, Alter, wieso stirbst du, wenn du einen killst? Oh, ey, ey, ey Guck mal, du killst und stirbst, Junge, wie schlecht bist du Alter Loll, was war das denn für ein Bug? Das war sofort Mann, Brian Was denn? Du hast mich getötet, krass Wo? Von wo? Alter Alter Von deinem Porn Jetzt Hör mal an, ey Hör mal an, ey Wann frisst du dich? Loll, ich hab mich gebückt und dann trifft mich noch Du hast dich gebückt? Du bist im Arschweg, oder was? Oh, Junge, Kevin, Alter Boah, ey, du bist zu verarschen, Junge Boah, ey Boah, ey Boah, wieso bist du so negativ, im Ernst? Ja, wie, warum bist du so negativ, aber übelst Oh, ey, Alter Ja, ich mach das, ich mach das ja extra, damit du gut dastehst Ja, deine Mama Deine Mutter, Alter Jetzt hör mal an, Junge Denkst du, du kannst mich wegmessern? Oh, Kevin, Junge, Alter Boah, hol doch ab aus dem Game Ey, Mann, Kevin, hör auf, nach oben zu gehen, Marvin ist hinter dir Oh, fein Alter, ich hab nur 23 Schuss gemacht Oh, Fallschau, Entschuldigung, komm gleich Ah, da kann mir wirklich jemand Oh, komm, Dirk Nein, irgendein muss dich wenigstens drücken Kevin, Alter, hör auf, da oben zu kämpfen, Alter Ja, Kevin, nur weil du kämpfst, bist du gestiegen Du bist nur gestorben, du bist nur gestorben, weil du gecampt hast Auch, sei doch leise, Mann, Junge Kämpf 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 ist ab und zu gut Nein, kämpf ist aus und zu Okay, aus und zu Kevin, ey Kevin, Alter, nur am campen bist du, Kevin Im Ernst Boah, du bist so schlecht, ne Ey, so geht grad nach oben, nur so tempo Guck mal, Kevin, du bist negativ Ähh NE-GA-TIV Guck mal